Der Innovationspreis Zukunftstadt, eine begehrte Anerkennung, die alle zwei Jahre durch den Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. für eine nachhaltige Entwicklung bei der Umgestaltung von Gebäuden und beim Mietwohnungsneubau vergeben wird. In diesem Jahr das erste Mal in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Baukultur Thüringen. In diesem Jahr waren es fünf Preisträger, eine davon die Weimarer Wohnstätte mit dem Projekt, was wir hinter uns sehen, wo schwerpunktmäßig barrierefreies und behindertengerechtes Wohnen im Bestand verwirklicht wurde. Ein Detail, welches die Jury überzeugte, war die innovative Lösung, den Aufzug so in den Wohnblock Moskauer Straße 75 bis 81 einzubinden, dass alle Etagen damit erschlossen werden konnten. Dies stellt in den Augen der Jury eine besonders betriebswirtschaftliche Lösung dar und war ein Grund für die Auszeichnung. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir mit dieser Baumaßnahme diese kleine Auszeichnung erhalten haben, weil es ja doch ein besonderes Projekt war für uns hier im Wohngebiet. Etwas Neues, etwas glaube ich sehr Innovatives und etwas, was vor allem bei unseren Kunden, bei unseren Mietern sehr gut angekommen ist. Und das ist auch schön, wenn sowas mal belohnt wird. Kein Wunder also, dass die Wohnungen bereits noch vor dem Abschluss der Sanierungsmaßnahmen heiß begehrt waren. Und? Auch jetzt, wenn ein Wohnungswechsel stattfindet, sind immer wieder Interessenten da, die sehr gerne hier einziehen. Und das freut uns natürlich besonders. Junges und altes Wohnen in der Moskauer Straße. Kostengünstig, barrierefrei und energieeffizient. Eine Mischung, die der Weimarer Wohnstätte eindrucksvoll gelungen ist und jetzt auch bereits ähnlich in einem weiteren Projekt umgesetzt wird. Wir bauen hier gleich hinterm Haus. Wenn man auf der Rückseite steht, sieht man das im Bereich der Graunasser Straße 8 bis 16. Ein ähnliches Projekt, allerdings in der konkreten Ausgestaltung. Doch von der technischen Realisierung her etwas anders, da die Hauseingänge auf der anderen Gebäudeseite sich befinden. Und wir werden dort im nächsten Jahr voraussichtlich fertig werden. Der Wohnblock Moskauer Straße 75 bis 81 wurde im Jahr 2011 saniert. Barrierefrei und energieeffizient. Mit dem Umbau wurden 40 Wohnungen mit verschiedenen Grundrissen für verschiedenste Ansprüche geschaffen und die Begrenzung von Betriebskosten konsequent umgesetzt. Barrierefrei, ein wunderschönes großes Bad, einen wunderschön großen Balkon und vor allen Dingen der Balkon zur Südseite raus, also nicht Straßenseite. Wir haben uns eigentlich im Grunde gar nicht für diese Wohnung entschieden. Wir haben immer nur gesagt, Mensch, was wird hier drüben gebaut, was geht hier ab? Und da haben wir gesagt, da gucken wir mal. Und da wurde uns das angeboten und haben uns gleich zugegriffen. Also da waren wir Feuer und Flamme dafür. Ein Konzept, das für die Weimarer Wohnstätte und ihre Mieter aufgegangen ist. Das unterstrich auch noch einmal der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. Einer von fünf für Gesamt Thüringen, das ist schon eine ganz, ganz herausragende Sache. Da sind wir richtig stolz auf einmal.